Laskor vor Rammstein Z.B. hat Pau früher bei Benzin ins Publikum gekippt und dann haben wir kleine Fontänen in den Saar hingehalten, dann brannte der ganze Saar. Ich nehme mal hier was gesprengt. Wenn wir singen, frische Früchtchen, dann denkt man schon wieder irgendwas an, frische Früchtchen. Was ist das für aufhören jetzt? Na, wir hören auf. Rammstein! 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 Das war's. 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 Das war's.